Ja, hallo miteinander, wir sind Rindis Bachers. Der Kahn. Ich sage ja, wir. Ich bin Laura, das ist... Der Kahn. Das ist der René. Und wir versteigern ein Dinner. Ihr habt richtig gehört. Ihr könnt mit uns gleich zu Nacht essen und spendet erst noch für einen guten Zweck. Und zwar für? Für SOS Kinderdorf. Ja, okay. Wirst du bitte zuerst herabschlucken, bevor du das... Für SOS Kinderdorf. Genau. Und ihr müsst jetzt ganz schnell bieten. Richtig schnell bieten. Ja. Und dann könnt ihr bald mit uns hier hückeln und ein Feindes nachgeniessen. Was sind die anderen? Die haben da auch schon mal gewonnen mit uns. Ja. Ja! Tschüssi!